Moinsen Leute, es ist wieder mal soweit. Wir gehen wieder mit unseren Apen auf Tour. Aber erstmal, ihr wisst was jetzt kommt. Genau, erstmal die Abfahrtskontrolle, ganz wichtig. So und fast hätte ich das vergessen, Wasser müssen wir auch mitnehmen. Nicht nur für das Hündchen, nein auch zum Kaffeekochen. Das nützt das beste Kaffeepulver, wenn wir kein Wasser dabei haben. Jo, und wir sind wieder mal on the road mit unseren Apen. Das Apen-Teuer geht weiter. Wir nutzen noch die letzten schönen Sonnenstrahlen des Spätsommers. Vielleicht haben wir noch einen schönen Erbst. So Hermann, und nun nur für dich. Vorne im gelben Wagen sitze ich ganz allein. Drei Räder mich vorwärts tragen. Ich hoffe, weiter habe ich den Text noch nicht, aber war schon mal der Anfang. Also Hermann, hau rein, du. Großer Bochum. Da hinten, da steht ein neues Waldgebiet, das für Energie sorgt. Das ist ja immer wieder schön hier. Guck mal, Schafe. Da ist Süden, ne? Ja genau, da ist Süden. Da ist mein Magen. Der hat Hunger. Und jetzt machen wir uns ein Süppchen. Und jetzt machen wir uns ein Süden. Geht so langsam in ein Apen-Rot über. Danke für diese Wortschöpfung, Gerd. Herzliche Grüße von dieser Stelle aus. Zwar noch nicht ganz rot, aber ich denke mal, bis wir zu Hause sind, haben wir das Apen-Rot. Und dann gehen wir zum Apen-Rot über. Samen aber sicher kommen wir dem Apen-Rot immer näher. Stück für Stück. Wenn wir zu Hause sind, ist der Himmel-Rot. Naja, schauen wir mal. Aber weit haben wir es nicht mehr. Es ist gleich da. Aber gleich ist gut. Viertelstunde noch. Na gut, rausch mal noch mit. Toc, toc. Also, wir sehen uns wieder. Bis bald. In einem neuen Video von unserem Abenteuer. Euer Kuddel.